Aaaaaahhhhhh Ich muss jetzt hier ein bisschen zügiger gehen Also herzlich willkommen beim InVedas Quiz Taxi Ich fahr seit 48 Stunden Deswegen hab ich mal rum dabei Also die erste Frage Und zwar jetzt sagt mir doch mal Wie viel Kilometer ergeben alle Auswärtsfahrten der kommenden Saison zusammen? Wir berechnen hier mal nur die einfache Fahrt Also die Hinfahrt sozusagen Also einmal von uns vom Homefeed zu den Sportplätzen Sind das A 1805 Kilometer B 1728 C 3500 D 1848 Kilometer Okay, also machen wir mal alle Städte nach anderem Ja Braunschweig Sicht Hamburg Braunschweig 312 Ja Okay, dann Kiel Okay, Berlin einmal und einmal Potsdam Genau Boah, das sind hier ja nicht viele Das nehmt ihr nicht Kiel Hamburg Hamburg Kiel Kiel Köln Braunschweig Dresden Dresden Dann nehmen wir 1700 Nehmt er? 1728 B ein Und ein paar kaputten 1805 Ja Das wären 1728 wären es gewesen D 1848 Kilometer Ist leider falsch Was haben wir noch? Potsdam hab da vergessen Ja Potsdam, Berlin Das machen wir noch mal Ja Ja Würde ich sagen Ja B wäre das 1728 Ja Das ist wirklich süß Alter Nicht schlecht Ihr lockt B ein Und ein paar kaputte Rüchtig Durch Ich würde sowas ganz schlecht zu schätzen Ja 1700 Ja warum nicht wieder B 1700 1700 Passt der Quetsche B Das ist richtig So Zweite Frage Seid ihr bereit? Ja Welche Position bekleideten die charmanten Jungs im Hawaii Look zu ihrer aktiven Spielzeit? 30 Mal mehr glaube ich Weiß ich Sören war Ostnustrad Ja Ostnustrad Ja Und Kreti Wäre Fullback Und dann Inder gespielt Genau Kreti war Fullback Ja genau Kreti war Fullback Also es geht um Kreti und Sören Und Sören Kreti war Fullback auf jeden Fall Sören ist eigentlich hauptsächlich Center gewesen Offense Liner Offense Liner Offense Liner A&O Und Kreti Running Back Kreti eigentlich eher Running Back Kreti eigentlich eher Running Back Ja Ist auf jeden Fall richtig Also die Liner Running Back Running Back Running Back ist richtig Und Sören Köchner war seines Zeichens Offensive Lineman Fuck Running Back und Offense Liner Ja ist das eure Antwort Ja Ist natürlich Richtig Richtig Yay Also nehmen wir quasi Running Back und Offense Line Genau Offense Liner Ist richtig Ja Kreti war viel für Running Back Ja Kreti war Running Back Das loggen wir schon mal an Ja genau Log das schon mal an Tja Tja Er ist groß Er ist massig Er ist Monster D-Line 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 Zack Da gibt es leider nur einen halben Punkt Höre ich hier gerade aus dem Studio Wahrscheinlich Ja Wir sind gerade live im Invaders TV Ja Du bist jetzt live mit im Invaders Quiz Taxi Du bist jetzt live mit im Invaders Quiz Taxi Und Dom ist er auch da Wo wart ihr denn?